Ja hallo erstmal und wieder herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Terra. Immer noch. Ja ja. Ich habe wieder hoch gestellt auf Weltstufe 5. Wir wollen noch besseren Loot haben. Ausrüstung hatten wir eigentlich schon geguckt gehabt, wenn ich mich daran erinnere. Wir haben das Lava-Beschoss rausgenommen. Mit zwei Brandbomben. Genau. Dö dö dö. Auf 2,30. Ja ja ja. Und hier war auf der Weste. Ach ne, wir haben ja gesagt, wir wollen das hier mal ändern, ne? Stimmt, 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 stimmt. Können wir da denn einfach so jetzt mal schnell so machen und mal nebenbei, ne? Ach ne, sorry Leute. Ja, daran haben wir jetzt gar nicht dran gedacht. Hätte ich auch machen können im Offline-Modus, ne? Hier, verbessern. Zack, zack, schnell, schnell. Aber solange du am Leben bist, leben auch die Autorinsweiter. Modifizieren. Wo ist das Lava geschossen? Ein zweites Mal? Äh, war das Magazin? Ne, das war das Ding. Mann, Mann, Mann. Der ist schon wieder so aufgeregt. Gut, können wir? Gut. Und hier wollten wir zweite Brandwelle reinmachen. Lava-Beschoss verringen die Rüstung. Das Gegner ist. Ist ja auch nicht schlecht. Oh, 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 oh. Ne, wir machen hier zweite Brandwelle. Wo ist die denn jetzt hier? Ach, ne, hier. Oder? Ne, müssen wir erst zerlegen. Dann können wir das machen. Weil, bye... Öh, ja. Erst wenn wir zerlicht haben. Denn Dann werden auch die... ...Mods freigeschaltet. Äh... Keine Weile... Brandbombe... Ach ne, hier. Tja, du Knalldüse. So, hier. Äh... Ja. Das müssen wir einmal zerlegen. Dann ist der Mod auch freigeschaltet. Sollte eigentlich denn funktionieren. Ja. Entschuldigung nochmal. Tut mir echt leid. Ich könnte jetzt auch die Aufnahme abbrechen. Neu machen. Nö, lass sie jetzt da. So wird es. Ausrüstung verändern. Fähigkeit. Ach da unten, ne? Jo. Gut. Noch haben wir hier genug, ne? Bis jetzt, bis jetzt. Stufenaufstieg, den hatten wir auf 16. Was denn? Kriegen wir den noch hochgedrömmelt? Oder machen wir den lieber? Ach kostet... Eisen. Okay. Haben wir genug? Machen wir... ...zurück. Und die rüsten wir auch nochmal schnell auf... ...stufenaufstieg. Ach der braucht... ...det Ding braucht hier... ...titan. Okay. Dann lassen wir die andere... ...so. Wir sollen ja hier mit... ...Zahidi reden. Äh mit Zahidi hier. Mit Jakob. Mit unserem alten Pro... ...alter... Das war also die First City? Sieht wie eine Geisterstadt aus. Was ist hier passiert? Ein paar Genies haben eine halbe Million Leute geweckt. Dabei hatten wir kaum genug Nahrung für uns selbst. Wir brachten sie in einer Stadt für 50.000 Menschen unter. Kannst dir ja vorstellen, wie das lief. Leute, die in Kisten hausten, verhungerten, in der eigenen Scheiße, lebten wie in einem verdammten Slum und kein Schutz vor der Scheißanomalie. Die Stürme mussten bloß ein paar Tausend töten und schon gab es Aufstände. Dann haben die Aufständischen alles zerstört. Nein, unsere Gegenmaßnahmen waren das. Die haben alles zerstört. Ja, ich sag ja, die Zivilisation, heutzutage, die würden die Planeten immer vernichten, egal wo sie hinkommt. Äh, ne, hier. Wir müssen nur aufbereiten, den Drack vorführen. Wir müssen reisen nach... Ne, nicht nach First City, zum Eagle Peaks. So, das sind die Missionen, die wir schon gemacht haben. Jo, jo, die haben schon... Historiker immer und ewig. Hä? Haben die nicht schon gemacht? Ah, die schon, ne? Aber, gut. Sonst machen wir später irgendwie. Eigentlich haben wir die auch gemacht, den Historiker. Da haben die Apollo-Kapsel abgegeben, ne? Könnt ihr euch dran erinnern in der Folge? Ich glaube schon vier, fünf Folgen her. Oder sechs. Oh, ja, Eagle Peaks. Ist das der Turm? Ja, aber die Zivilisation scheint defekt. Du kannst ja die Soldaten fragen, wie man sie in Betrieb nimmt. Was zur Hölle war denn das? Ich halte den Motor warm. Ich halte den Motor warm. Das kommt mir ganz bekannt vor, wo wir mit Olaf hier waren, genau. Da können wir wieder reisen. Ist das jetzt das Gebiet, wo die Lavaspinne da, die komischen Monster? Ach, du Scheiße. Hast du den Vulkan gesehen? Ich dachte fast, der war... Auf den Rhein, auf den Rhein. Ich glaube, ne? Alter. Bleib auf Distanz, dann tun wir das her. Die Seilbahn zum Funkturm. Funktioniert die? Nicht seit Rebellen sie kontrollieren. Die Gondel ist auf ihrer Seite. Du könntest sie ja brav bitten. Hahaha, danke. Ich verzichte. Was ist mit der anderen? Würde ich nicht riskieren. Fährt so dicht am Vulkan vorbei. Ist er aktiv? Naja, ab und zu spuckt er Lava. Aber da drin lauert noch was viel Unnatürlicheres. Okay. Okay. Ja, ich glaube, jetzt kommt das mit dem... Was ist das mit dem Vulkan? Der Spinne, ne? Was auch immer da drin ist. Selbst die Rebellen halten Abstand. Wir haben es auf die harte Tour gelernt. Das Ding blieb im Nebel. Zerrte sie die Klippen runter und spuckte Feuer. Ich habe nichts gesehen, nur die Schreie gehört. Als wir die Gondel dann zurückgezogen hatten, war alles voller Blut und Asche. Also, wenn ich die Seilbahn nehmen will, dann muss ich mich zuerst um den Vulkan kümmern? Machst du Witze? Bist du etwa lebensmüde? Ja. Sag mir einfach, wie ich ihn kann. Oh. Übrigens. Ich bin Captain Dunham. Es gibt einen Weg, der ins Gebirge hinaufführt. Da draußen ist das Furchterregung. Aber wir wissen nicht, was es ist. Notiz, Zeit noch. Oh man, wenn jetzt die Lava spielen können, bin ich gespannt, wie weit wir runtergehen müssen mit unserer Weltstufe. Weltstufe? Aha, aha, aha. Du, 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 du. Hier war richtig gut, ne? Gut. Hä? Achso, den wir da gefunden haben, äh, Kryobox. Ich will jede Stunde einen Bericht. So. Naja, wie gesagt, ihr kennt jetzt ja alles, ne? Magnus Gargett, Autorreiter des Speer. Wann haben wir denn die, ne, entdeckt? Höh? Oder kam die erst noch? Ich sag, ja, tauchte auch manchmal Sachen auf, die man eigentlich mit dem Olaf gemacht hat, ne? Deswegen will ich gar nicht vorspoilern. Alfred McKellen. Ach, das war der alte Mann, ne? Der alte Kolonist, genau, genau, genau. So, würde, blubb. Das war's dann auch schon. Geschichte haben wir hier. Ist hier nochmal neu. Bruchte er in den Pilz. Ach, hat er uns Dings erklärt, hier, 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 Zahidi, ne? Ja, wer sich wundert, ich habe ja gesagt, ich nehme alle Aufklärungsdaten, zeige ich auch. Und wenn ihr es nicht sehen wollt, sagt, schreibt in den Kommentaren, dann überspringt jetzt, oder macht das ganze, zack, weg, weg, und dann ist gut. Weil ich lese mir dann eh durch, wenn ich beim Rennen bin, dann habe ich ja genug Zeit. Und vorlesen tue ich nicht, weil es so viel ist. Ja, ja. Gut, das hätten wir alles. Neue Mission. Verlasst das Lager. Hier lang, ne? Oh man, da müssen wir uns wieder durchkämpfen. Na toll, na toll, na toll. Und dann auf Stufe 5, genau, 5, die waren noch nicht 6. Ach man, bringen manchmal durcheinander. So, wir haben die. Welchen nehmen wir am liebsten? Erstmal die, ne? Die Merkabwaffe. So. Was haben die Soldaten gesagt? Zum Funkturm kommt man nur mit dieser Seilbahn. Wie wichtig ist dir der Funkturm denn? Nur da haben wir genug Reichweite. Wenn ich nicht zum Turm komme, um das Signal mit Hilfe deiner Frequenz zu finden, können wir auch gleich aufgeben. Dann mach's dir bequem. Wir werden eine Weile hier sein. Hab'n Date mit einem Vulkan. Hab'n Date mit einem Vulkan, ja. Das ist die Spinne, genau, genau, genau. Man weiß ja, was jetzt kommt. Aber ich bin gespannt. Ja, wie gesagt, wie weit wir runterstellen müssen, dann müssen wir es schaffen. Also bei der Spinne sage ich gleich, da machen wir nur einen Versuch auf eine 5. Und dann gehen wir gleich runter auf 4 oder 2. Na, auf 4. Da ist ne Fahne. Da dürfte ja hier noch nix kommen. Sag ich mal so. Gib unsere neue Fahne. Sieht schick aus, so. Müssen wir rüber, ne? Äh, warte mal. Wenn wir wieder rüber müssen, dann werden wir mal gucken. Äh, sieht das hier ganz schön neblig aus. Oder müssen wir doch hier lang? Doch. Und was ist da hinten? Da kam mir vorhin jetzt wieder ne Neemission, ne? Boah, wir kommen nicht hier rüber. Äh, äh. Oder was ist hier? Was ist hier? Was ist hier? Was ist hier? Ne, da kommen wir nicht weiter. Äh. Äh. Da hat mir wieder so irgendeine Mission sein. Ne Mission. Aber wir haben ne Kiste gefunden. Hehe. Gott. Mach mal auf. Äh. Stufe 16. 16. Okay. Können wir für zerlegen nehmen? Weil die sprungen ja auch Materialien aus. Oh. Ich glaub zuerst kamen die Vögel, ne? War doch nicht so. Wenn wir so recht dran erinnern. Dann werden wir sehen. Äh. Wie geht, wie geht. Was für'n Wetter, ey. Äh. Erkunden das Gipfel. Den Gipfel des Vokans. Okay. Machen wir. Machen wir doch. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Da gehst du aufs Geweih. Huh. Wer bist du? Hallo Kuh. Hallo Kuh. Das sieht nicht gerade in der Necke aus. Oh. Oh. Ja. Baby. Sehr schlecht gemacht. Hey, hey, hey. Kopf wieder süß. Ticke. Ja, das hat Freund mitgebracht. Gut. Vögel weg. Äh. Vögel weg ist ja schon. Können wir was bekreisen. Ist hier noch was? Oh ja. Gut. Gucken wir uns gleich an, die Knarre. Löp, abbauen, abbauen, genau. So. Bevor wir jetzt nicht weitergehen, hier ist nämlich gerade Ruhe, können wir uns die neue Knarre angucken. Die hier, ne? Essence Deep. Schüsse stellen daneben wieder her. Oh, das sieht gut an. Machen wir doch mal, ne? Wie viel Schuss hat der eigentlich drinne? 60? Gut. Und? Moment. Ja, Salvenschuss, okay. Salvenschuss, alles klar. Alles klar. Alles klar. Das Wandern ist des Mülls, bloß das Wandern, da 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 da. So, weiter geht's, weiter geht's. Immer noch auf Stufe 5. Muss ich bloß mal wieder dazu sagen, ne? Jo, jetzt kommen die Füge, die ganz hässlichen Dinge. Oh. Ah, ne, war schon gut. Ich bin Nossa. Nee, weil ich gab die Studio hier. Bellen. Ey, du bist ja fies, du bist ja fies, pling, 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 ja, ich habe auch einen Freund getötet, ich weiß. Hä? Alte, was macht denn mit dir? Oh, Alte, Volte! So viel zu Stufe 5. Okay. Der andere hat wenigstens immer noch angezündet, ne? Die andere Knarre. Warte mal, machen wir gleich mal so. Den einen Versuch gebe ich ihm noch. Hier mit den Vögel mit 5. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Der muss in der blauen Kacken der, der ist schon jung. Ey, wie spitzt du, oder? Hm. Ne, wie die anderen? Schnappel, voll gefreut da. Ich hätte es wissen müssen. Ich hätte es wissen müssen, ja, ja. Hierbei kann ich jetzt zurückgehen. Oh, ich kann da nicht weiter. Na toll, na toll, na toll. Okay. Wir stellen um, ja, wie gesagt, ne. Wie ich öfters angekündigt habe, wenn wir zu schwer, dann gehen wir runter. Und, ich überlege gerade, ob wir die Knarre wieder tauschen. Die mit dem Brand, wo war die? Hier, ne? Genau. Da machen wir noch ein bisschen was her. Okay. Die lassen wir drinnen. Und die hatten wir auch aufgewertet, ne. Okay. Gut. Sonst haben wir ja ein bisschen so nix droppen lassen, ne. Außer irgendwas anderes hier. Ja, genau, ne. Oh, mit dem Feuer ist immer gar nicht schlecht. Aber trotzdem heißen wir gar nicht schlafen. Ey! Alte! Wir sind auf vier! Und was heizen die mich hier ein? Dit is fies! Okay, noch ein Versuch. So viel laufen können wir gar nicht sogar zurück. Dürfen wir gar nicht. Hmm, schade. Und nach vorne laufen? Wie viel Platz haben wir hier? Aber da kommen, glaube ich, ne so vielen kleinen Spinnen irgendwann, ne. War das nicht so? Es! Der erste geht immer noch, ne. Oh, der pratscht und der auch spiel wird. Möchte ja nicht mehr. Die gehen natürlich über uns kaputt. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Komm. Mal gucken, ob wir hier etwas festkommen. Was weiß ich schon? Ja, ja. Ich bin laufend. Dann sind wir ganz doof. Muss ich ja beide Filmekel eingehen. Ich kann doch nicht laufen. Jungs, ihr wisst doch. Gott. Angefangen mit Stufe... Ha! Mit Stufe 5. Und jetzt sind wir schon auf Stufe 3. Ist nicht euer Ernst, oder? Komm, ja. X drücken. Oh. Fuhl. 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 Und jetzt ist der Einhalt. Einhaltig. Hm. Fuhl. Alter, ich bin doch schon hier. Oh. Fuhl. Lässt aber auch viel Rad fallen, das ist schon mal schön. Hey, komm ich höre jetzt, scheiße. Er scheint ein bisschen laut. Hey! Wenn wir oben dreißen, dürfen wir nicht rein, weiß nicht. Kann man rein? Oh, Alter! Ist nicht wahr, ist nicht wahr! Ist nicht euer Ernst, oder? Ne, ich mache jetzt eine Pause. Das mache ich dann morgen, glaube ich. Dann sage ich mal danke fürs Zuschauen, denn sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und ich hoffe, wir müssen die noch weiter runter. Also manchmal, ne? Bis dann! Wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst ein Like da, ne? Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann! Ciao, euer Terra!